Einen wunderschönen Montagmorgen, meine lieben Nintendo... Samstagmittag, meine lieben Nintendo Switch-Freunde. Nämlich heute ist Wochenende, ich bin am Montag unterwegs und somit keine Zeit, das Video aufzunehmen. Deswegen mache ich das jetzt am Wochenende. Und ja, trotzdem, Nintendo News und Nintendo hat ein neues Modell angekündigt und wilde Gerüchte um die Switch 2 dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und ich würde sagen, schnappt euch einen Kaffee, lehnt euch zurück und dann starten wir rein mit den ersten News. Bald ist es soweit, am 26.09. kommt The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Und ich freue mich massiv auf das Game. Allerdings müssen wir uns jetzt wohl vor Spoilern im Internet in Acht nehmen, denn das Spiel scheint geleakt zu worden sein. Da gibt es mehrere Quellen, die das bestätigen. Müssen wir uns nicht vormachen, die letzten AAA-Games, alle von Nintendo, wurden irgendwie eine Woche vorher geleakt. Jetzt ist schon noch ein bisschen Zeit, zwölf Tage. Und ja, was soll man sagen, ist halt so. Aber das bringt mich auch zu einem anderen Punkt, nämlich das Spiel kommt ja am 26.09. raus und ich werde einen schönen Frühstücks-Stream auf Twitch machen und da werden wir das Spiel gemütlich so ab 8 Uhr anzocken und uns das mal anschauen. Link zu meinem Twitch ist unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt und Zeit habt oder Homeoffice habt und ein bisschen was daneben bei laufen lassen. Leute, kommt gerne am 26.09. auf Twitch vorbei. Und dann schauen wir uns das Spiel zusammen an. Und jetzt haltet euch fest, Nintendo hat eine neue Konsole offiziell angekündigt. Ja, leider nur ein neues OLED-Modell als Bundle und erst einmal nur in Neuseeland. Denn das Bundle erhält die ganz normale Switch Vice OLED mit Super Mario Bros. Wonder als digitaler Download und zwölf Monate Online-Mitgliedschaft. Wie gesagt, derzeit nur in Neuseeland, wird wahrscheinlich aber auch nach Europa kommen. Es gibt ja auch dann noch den Leaker Billy Bill Kun, wie er heißt, die häufig richtig liegen, was Bundle antrifft. Und die hatten ja auf ihrer Webseite auch letztens noch geschrieben, dass weitere Pakete veröffentlicht werden und wahrscheinlich dann eben halt auch am 12. oder 13. angekündigt wurden. Und das wurde offiziell am 13. angekündigt. Also können wir auch davon ausgehen, dass die anderen Pakete, die die Informationen von haben, auch veröffentlicht werden, jetzt irgendwann die Tage. Und zwar gibt es da wohl mehrere Pakete. Und zwar einmal das Paket 1 mit der Nintendo Switch Lite mit einer türkise Farben. Ja, Timmy und Tommy Edition. Und vorhin installiert Animal Crossing auch zwölf Monate Online-Mitgliedschaft. Aber für 219 Euro. Zu den Preisen kommen wir gleich mal. Paket 2, auch Nintendo Switch Lite, dann eben in der Korallen-Version. Und das gleiche Animal Crossing, zwölf Monate Online-Mitgliedschaft, gleicher Preis. Und dann wird es wahrscheinlich noch ein Nintendo Switch Sports Paket geben. Mit einer normalen Switch-Konsole, also nicht das OLED-Modell. Switch Sport und auch zwölf Monate Abo. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon. So ähnlich, glaube ich, dieses Bundle für 299 Euro. Und dann noch OLED-Pakete. Wie gesagt, das eben jetzt mit Super Mario Bros. Wonder, was ja jetzt schon draußen ist. Und dann noch ein weiteres Paket, wo allerdings noch nicht klar ist, welcher Inhalt da ist. Da sollen die Preise aber auch bei 349 Euro liegen. Also klar, man macht diese Bundles natürlich jetzt so kurz vor Weihnachten, um das noch zu verkaufen. Aber ich muss mal ganz ehrlich sein. Also ich habe jetzt so gedacht, dass wenn man jetzt noch ein paar Switch-Versionen verkaufen will, und Nintendo hat ja den Vorkast da auch nicht runtergesetzt, was man verkaufen will, dass man vielleicht mit den Preisen so ein bisschen runter geht. Aber so wirklich günstig ist das nicht. Aber das ist halt auch irgendwie Nintendo-like. Und vor allen Dingen jetzt, wo jetzt irgendwann mal die Switch 2 ja auch angekündigt wird, ist dann eh mal die Frage. Ich bin mal gespannt, wie sich die Switch doch in den letzten Quartalen dann eben verkaufen wird. Da müssen wir natürlich dann bis zum Geschäftsbericht nächsten Jahr abwarten. Und jetzt sammeln wir alle Nintendo Switch 2-Gerüchte, die es in den letzten Tagen gab. Und ich stelle euch hier vor, und natürlich wie immer, es sind Gerüchte, und wir werden über einiges auch sprechen. Und letzte Woche gab es ja den PlayStation 5 Pro Reveal. Und ich muss sagen, Leute, also der Preis geht ja immer gar nicht. Also mir fehlen da so ein bisschen auch die Worte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich könnte mir vorstellen, Sony hat das gemacht und den Preis so hoch angesetzt, damit die PlayStation 5 sich normal besser verkauft. Also nicht die Pro, sondern die normale. Sagt man, boah, die Pro ist mir zu teuer, dann kauf ich mir lieber die normale. Also ihr könnt mir was zu dem Preis sagen, aber das ist ja absolut absurd. Ja, also gut. Aber es geht ja nicht um die PlayStation, sondern um die Switch. Und es gibt den guten Paul Gell, und der ist schon in der Vergangenheit häufiger mal hier aufgetreten. Der hat auf jeden Fall seine Quellen, ist jetzt auf jeden Fall nicht irgendein Dude, der einfach irgendwas raushaut. Er hört was und gibt das dann halt weiter. Es muss auch nicht immer wahr sein. Und er hat auf X letztens gesagt, er hat gehört, dass ein Commercial abgedreht worden ist von einer Next-Gen-Konsole. Und er meinte darum, es könnte eben halt auch sich um die Switch handeln. Oder es vermutet, es würde sich um die Switch handeln. Und wenn das in der Tat so ist, dann können wir wahrscheinlich mit einer Ankündigung in den nächsten ein bis sechs Wochen rechnen. Und er ist schon mal häufiger aufgetreten, also er hat irgendwie Informationen. Er sagt aber auch eben selber, das hat er auch mal gepostet, dass eben einige Dinge, die er auch sagt, dann nicht wahr werden. Er gibt die Informationen halt grundsätzlich so weiter. Wie gesagt, meiner Meinung nach, Oktober, ja, die Ankündigung, bleibe ich bei einfach. Dann bleibe ich jetzt mal einfach bei. Und wenn ich halt falsch liege, dann ist es halt so. Aber es ist ja auch nur meine Vermutung. Dann gab es noch einen Podcast, einer spanischen, nein, spanischen Podcast. Wie hießen die nochmal? Un Café con Nintendo. Ja, habe ich vorher noch nie gehört. Deswegen aber, die haben auch dort gesagt, dass sie schon bevor die ganzen Leaks losgehen, von einer großen Ankündigung wussten. Und sie sagten auch, Nintendo habe seinen Partner gesagt, die sollten sich bald auf eine bevorstehende große Werbeaktion vorbereiten und über ein Event gesprochen. Das kann natürlich jetzt dieses OLED-Bundle-Modell sein. Ich kann mir, also nochmal, dass die den Partnern, welchen Partnern, also ich weiß jetzt nicht, was Partner gemeint ist. Aber Nintendo wird das nicht überall rum erzählen, auch den Partnern nicht, ja, auch wenn da NDAs vorliegen oder keine Ahnung was. Das kann ich mir am besten Film nicht vorstellen. Und dann erwähnen sie noch im Podcast so, ja, sie wissen auch noch was anderes, aber das dürfen sie nicht erwähnen, weil das sonst die Offenlegung ihrer Quelle gefährden würde. Aber, also wie gesagt, der Podcast ist noch nie wirklich in Erscheinung getreten. Da kann man jetzt meinen, was man will. Irgendwie springt da natürlich auch jeder auf dieses Switch-2-Gerücht auf und irgendeiner wird irgendwie schon richtig liegen. Dann habe ich das Gefühl, ja, wie viel Wahrheit da jetzt drin liegt. Die sagen auch, einer sagt, ich stelle es sich zu 99% sicher, der andere ist zu 80% sicher. Kann ich auch sagen, ich bin auch zu 80% sicher. Also was ist das für eine Aussage, ne? Aber, wie gesagt, wurde halt darüber gesprochen. Wer spannend kann, kann sich auch die Folge gerne dann auf Spotify anhören. Und dann gibt es noch ein gutes Discord-Gerücht, was heißt ein gutes, ja, gibt es ein Gerücht, was über einen Discord kommt von jemandem, der nie in Erscheinung getreten ist, tatsächlich. Aber er hat einen einzigen richtigen Track-Rocker, über den will ich kurz sprechen. Nämlich hatte er im Discord gepostet am 5. September, dass er bestätigen kann, ja, dass am 10. September die PlayStation 5 angekündigt wird. Ja, und wir wissen, das war wirklich am 10. September, nur kann das natürlich auch einfach geraten, getippt geworden sein oder sowas. Also da muss man jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein. PlayStation 5 Pro-Gerüchte gab es ja schon ziemlich häufig. Dann kann man sich vielleicht angucken und sagt, okay, ich kann jetzt sagen, 10. September, wäre es jetzt nicht der 10. gewesen, wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen. Nur in dem Fall hatte er halt eben recht. Und vielleicht hat er sich jetzt dann gesagt, boah, ich habe so gut getippt, ja, jetzt tippe ich nochmal. Oder er hat andere Informationen, das könnt ihr euch natürlich gerne selber zusammenreimen. Er hat auf jeden Fall dann nochmal einen Post abgelassen und geschrieben, die Switch 2 wird nächsten Monat, also Anfang Oktober, veröffentlicht, äh, nicht, äh, revealed. Und hat einen Preis von 400 Dollar, also der hat bei uns wahrscheinlich 400 Euro Kosten und kommt wohl in zwei verschiedenen Versionen auf den Markt, ja. Also, ähm, SKU steht ja für Stock Keeping Unit und ist so ein eindiger Code, um ein Produkt zu identifizieren. Und dann gibt es irgendwo zwei verschiedene, ja, vielleicht eine mit größeren Speichern oder einer kleiner oder vielleicht hat auch einfach keine Ahnung von dem, was er sagt. Ich glaube, er hat eher Zweiteres, ja. Ähm, Preis 400 Euro oder 400 Dollar, wie auch bei uns, 400 Euro. Ähm, fände ich okay. Also möchte ich jetzt mal ganz, also jetzt mal davon abhängig, dass das wahrscheinlich einfach bla bla ist, was er da schreibt. Aber ich glaube, der Preis wäre wirklich okay und ist, glaube ich, auch so, wo es ungefähr mit der, mit der nächsten Konsole landen wird. Wie gesagt, er sagt Anfang des Monats, also oder nächsten Monat eben am Ende des Tages, ähm, äh, im Oktober. Wäre ja auch mein Tipp, tatsächlich, ja. Ähm, aber wie auch immer, ähm, da muss man natürlich noch mehr, äh, aufpassen. Und das wird immer wilder, ja. Ähm, vorgestern oder gestern, am 12. September auf jeden Fall, ähm, hat Nintendo New York äh, einen Post auf Twitter geschrieben und geschrieben, ähm, Nintendo New York wird, äh, wird am, um 7 Uhr abends schließen, diesen Abend, ein bisschen früher als sonst. Ja, und auf einmal ging es gleich los. Oh mein Gott, die schließen um 7 Uhr abends, weil die die Switch, äh, äh, 2 vorstellen und so, und damit die da nicht in den Laden einrennen. Ja, ähm, ist auch, auch eine funny Geschichte. Und zum Abschluss habe ich noch einen wunderbaren Leak, äh, also den müsst ihr euch einfach angucken. Ich wäre da nicht großartig zu sagen, ja. Aber auf Twitter haben wir gesagt, hier, eine offizielle Nintendo, äh, Bekanntgabe, ähm, ja. Guckt es euch an, ja, einfach wie es aufgebaut ist. Das ist, das ist, hat richtig Grundschulenniveau, muss ich tatsächlich sagen. Unabhängig natürlich, ähm, von der Aufmachung und von der Rechtschreibung, die teilweise falsch ist. Und, also, wie gesagt, ja, man muss aufpassen, in den letzten Tagen wahnsinnig viele Gerüchte. Wir werden es eh nicht wissen. Ja, ich bleib dabei. Ich sag Oktober, ja, dann liege ich mit dem guten Discord-Menschen da richtig. Und, ähm, ja, und das waren aber so alle Gerüchte, die in den letzten Tagen aufgepoppt ist. Macht damit, was ihr wollt. Schönes Wochenende.